Zwölf Minuten, zwölf Sekunden schweigen in den deutschen Fußballstadien. Das Sicherheitskonzept der deutschen Fußballliga wurde jetzt gestern am 12.12. verabschiedet aus... Was? In den deutschen Fußballstadien war... wurde... Ich weiß es nicht, ich rede einfach weiter. Zwölf Minuten, zwölf Sekunden schweigen in deutschen Fußballstadien. Der DFL... Die, also nochmal. Ich bin nicht der Anmoderator. Läuft das noch? Zwölf Minuten, zwölf Sekunden schweigen. Zwölf Minuten, zwölf Sekunden schweigen in deutschen... Mach mal aus.